Die Flotte der K.U.K. Kriegsmarine war bei Beginn des Weltkrieges die kleinste unter den Flotten der europäischen Großmächte. Grund dafür war, dass die Monarchie eine ausgesprochen kontinentale Macht ohne ausgeprägte überseerische Interessen war. Für ihre Hauptaufgaben, Sicherung der eigenen Küste, Sicherung der österreichisch-ungarischen Handelsschifffahrt und Präsenz auf den Weltmeeren, war die Marine aber zumindest hinreichend gerüstet. Die leichten Einheiten und Torpedoboote und die Rapidkreuzer waren für eine Kriegführung auf der Atria und besonders an der dalmatinischen Küste sehr gut geeignet. Die modernen Schlachtschiffe der Tigethoff-Klasse waren als Antwort auf den Schlachtschiffbau Italiens ebenfalls für den Einsatz auf der Atria und im sonstigen Mittelmeer konzipiert. Das Marinekommando unter dem Kommandantenadmiral Anton Haus rechnete mit Italien, Russland und eventuell Frankreich als möglichen Kriegsgegnern. Ein Krieg gegen Großbritannien war nicht vorstellbar. Die Flotte der K.U.K. Kriegsmarine war in Geschwader, Flottilien und Divisionen gegliedert. Seit 1911 waren die Aufklärungskräfte der Flotte in der selbstständigen Kreuzer Flottilie zusammengefasst. Flotte der Linien Schiffe Erste Geschwader Das Erste Geschwader der Flotte stand unter dem Kommando von Weißadmiral Maximilian Enjegovan. Es bestand aus den Schiffen der Erste und Zwei-Schweren-Division Erste-Schwere-Division Die Erste-Schwere-Division umfasste die Dreadnoughts der Tigethoff-Klasse. Das Kommando führte der Chef des Erste Geschwaders. SMS Viribus Unites SMS Tigethoff SMS Printzeugen Ein weiteres Schlachtschiff dieser Klasse, die SMS Centist-Ven, war bei Kriegsbeginn noch im Bau. Zweite Schwere-Division Die Zweite Schwere-Division unter dem Kommando von Contr-Admiral Anton Willenig bestand aus den Linienschiffen der Radetzky-Klasse. SMS Erzherzog Franz Ferdinand SMS Radetzky SMS Zetrini Zweite Geschwader Das Zweite Geschwader unter Führung von Contr-Admiral Franz Löffler wurde aus den Schiffen der Dritte und Vier-Schweren-Division gebildet. Die Schiffe der Vierte Schweren-Division waren bei Kriegsbeginn bereits veraltet. 3. Schwere-Division In der Dritte Schwere-Division waren die Linienschiffe der Erzherzog-Klasse zusammengefasst. Das Kommando führte Contr-Admiral Franz Löffler SMS Erzherzog Ferdinand Max SMS Erzherzog Friedrich SMS Erzherzog Kale Vierte Schwere-Division Die Vierte Schwere-Division, bestehend aus den Linienschiffen SMS Habsburg, SMS Arpad und SMS Babenberg, wurde von Contr-Admiral Karl Seidensacher geführt. Die Schiffe der Vierte Schweren-Division waren bei Kriegsbeginn bereits veraltet. Die Erste, Zweite, Dritte und Vierte Schwere-Division bildeten die Flotte der Linienschiffe für den aktiven Kriegseinsatz. Die Schlachtschiffe nahmen während des Ersten Weltkrieges nur an wenigen Operationen teil. Die meiste Zeit lagen sie in den Häfen an ihren Ankerbojen. Kreuzer Flottilie Die Kreuzer Flottilie umfasste die leichten Kräfte der K.U.K. Marine, Kreuzer, Torpedofahrzeuge und Torpedoboote. Kommandant der Flottilie war Weißadmiral Paul Fiedler. Erste Kreuzer-Division Zur Erste Kreuzer-Division zählten die Panzerkreuzer SMS St. Georg und SMS Kaiser Karl VI., der Rapidkreuzer SMS Helgoland sowie die Kleinkreuzer SMS Aspan, SMS Zichetwar und SMS Zentar. Erste Torpedofahrzeug-Division In der Erste Torpedofahrzeug-Division der K.U.K. Kriegsmarine waren die modernen Zerstörer der Tatra-Klasse der Marine und neun Torpedoboote zusammengefasst. Führungsschiff war der Rapidkreuzer SMS Seider, Kommandant Fregattenkapitän Heinrich Seitz, SMT Tatra, SMT Balaton, SMT Lika, SMT C. Seppel, SMT Triklav, SMT Eugen, SMT als Präfix steht für seiner Majestät Torpedofahrzeug. Zweite Torpedofahrzeug-Division In der Zweite Torpedobootsdivision waren sechs Torpedofahrzeuge und 18 Torpedoboote unter dem Kommando von Fregattenkapitän Benno von Milinkovic. Zusammengefasst Führungsschiff war der Rapidkreuzer SMS Admiral Spawn. Die Kreuzerflottilie trug zusammen mit den Unterseebooten die Hauptlast der Kämpfe während des Krieges. Der veraltete kleine Kreuzer SMS-Kaiserin Elisabeth befand sich bei Kriegsbeginn als Stationsschiff in Ostasien. Er nahm an der Verteidigung des deutschen Marinestützpunktes Zinktau teil und wurde von der eigenen Besatzung versenkt. Schiffe für Wach- und Sicherungsaufgaben Die veralteten Linienschiffe der fünf schweren Division SMS Monach SMS Wien und SMS Budapest wurden. Wie auch die alten Kreuzer der Zweite Kreuzer Division SMS Kaiser Franz Josef I. und SMS Panther für Wach- und Sicherungsaufgaben verwendet. Unterseebootsstation Siehe auch S.M. Unterseeboote Das Unterseeboot war zu Beginn des 20. Jahrhunderts die neueste Waffe in den Kriegsflotten. Wie das optimale Boot beschaffen sein sollte und wie es eingesetzt werden sollte war in den Marinen der Zeit noch nicht klar. Die K.U.K. Kriegsmarine wollte Boote verschiedener Bauart testen um den für die Küsten nahe Kriegführung in der Atria geeignetsten Typ herauszufinden. Im Frühjahr 1914 bestand die Unterseebootsstationen aus den Booten SMU-1, SMU-2, SMU-3, SMU-4, SMU-5 und SMU-6. SMU-1 und SMU-2 waren vom Seearsenal in Polar gebaut worden. SMU-3 und SMU-4 Boote von der Germania Werft in Kiel und SMU-5 und SMU-6 waren Boote der Whitehead Werft in Fiume nach Konstruktionsprinzipien des Amerikaners John Philip Holland Nach Kriegsbeginn wurden die Boote nach Brioni verlegt, das zur ersten K.U.K.U. Bootbasis wurde.